Störenfriede gibt es nicht nur auf der Erde, nein, sie können auch aus den Untiefen des Alts kommen und sich sogar als Partycrasher betätigen. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu Lords Horror Oktober 2023. Es wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen einige Filmkritiken, Reviews zu neueren, aber auch alten Horrorfilmen geben. Und natürlich habe ich ein bisschen dekoriert, ich habe keine Mühen gescheut in der Mottenkiste gekramt und habe hier was gefunden, was hier so ein bisschen auch zu dieser schönen alten stylischen Tür passt. Und heute fangen wir ein bisschen seicht an mit einem Film, auf den ich mich schon ein bisschen gefreut hatte. Den Trailer habe ich schon vor ewigen Monaten gesehen und das ist die neueste Regierarbeit von Jason Eisner, dessen wohl bekanntester Film nach wie vor Hobo vs. Shotgun ist. Heute geht es um Kids vs. Aliens quasi. Schon die zweite Langfilmversion eines Found-Footage-Segments aus den VHS-Filmen und zwar hier aus dem zweiten VHS-Film. Also Jason Eisner hat sozusagen sein Found-Footage-Segment Slumber Party Alien Reduction nochmal als normalen Film gedreht. Natürlich einiges abgeändert. Wir haben ja keinen Hund, auf dem die Kamera montiert worden ist, aus der wir quasi das Geschehen sehen. Aber es geht ja sozusagen um eine Halloween-Party, die von Aus-Edition crasht wird und die einige von den Jugendlichen entführen und die eine recht interessante Motivation haben, die ich auch hier einer unserer regierenden Parteien gerne empfehlen würde. Das ist wirklich sehr, sehr innovativ. Das dürfte sicherlich auch funktionieren. Und es ist ein Film schon, an dem ich gewisse Erwartungen hatte, weil der Film sich auch weder um politische Korrektheit schert, ja, und natürlich wieder mal aus dieser mittlerweile sehr, sehr ausgelutschten Retro-Welle rumreitet. Also was den Soundtrack angeht, was manchmal die optische Gestaltung des Films angeht, ja, also das ist etwas, was bei mir seit längerer Zeit nicht mehr zündet und natürlich die Kinder hier in dem Film, drei sind es an der Zahl, schon einige Kraftausdrücke im Mund haben und die Dialoge teilweise sehr fekalig sind und unter der Gürtellinie sind und so weiter. Das kann einem relativ schnell auf die Nerven gehen, weil davon eine Menge, Menge vorhanden ist und daher die Figuren allesamt deutlich überzeichnet sind, für mich allesamt Comic-Reliefer. Und da kann man in der Handlung, hier dreht es sich um Gary und Samantha, ja, Bruder und Schwester. Die Eltern haben, die nie da sind, weil die halt immer Geld verdienen müssen, also die verdienen wirklich gut Geld, aber die sind nie da. Ich habe mich jetzt gefragt, wozu haben die eigentlich Eltern, wenn die nie da sind? Und daher hat Samantha ihren Bruder Gary in den letzten Jahren alleine aufgezogen und hatte eigentlich immer viel Spaß mit ihm gehabt, aber nebenher eigentlich ihre eigene Pubertät komplett vernachlässigt, ja, was Jungs angeht und Abhängen und so weiter angeht, hat sie gar nicht gemacht. Sie dreht dann lieber Filme mit Gary und seinen besten, beiden besten Freunden und dann taucht eines Tages natürlich Billy mit seinen beiden Companions auf, ja, weil sie suchen eine Party-Location, weil Halloween steht natürlich an und er schafft es ganz schnell, die gute Samantha um seinen Finger zu wickeln, aber irgendwann merkt sie, was eigentlich der gute Billy für ein Ekelpaket ist. Allein, dass er schon Billy heißt, sagt natürlich schon so einiges und Billy ist sozusagen hier auch der Showstealer, das ist ein dermaßen gut geschriebener, unsympathischer Charakter vom Reichsbrett, wie ich ihn seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt habe und diese Figur, muss ich sagen, hat eigentlich viel Spaß gemacht. Er ist eigentlich ein weitaus besserer Antagonist als die Außerirdischen, die jetzt hier in diesem Film vorkommen. Das muss man jetzt wirklich sagen, weil wenn er eine Szene hat, der reißt sie an sich ja so widerlich, so ekelhaft und so weiter. Man wünscht ihm wirklich nur das Beste, was der Film einem dann auch bietet, aber dann kommen wir zu einem der größten Probleme, weil dieser Film soll eigentlich auch ein Fun-Film sein, ja, mit diesen ganzen Retro-Vibes. Mit einem wirklich, muss ich sagen, guten Synthwave-Score, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch die optische Gestaltung kann sich echt sehen lassen und praktische Effekte, wo man halt hinschaut, die ein oder andere Gewaltspitze. Das Problem ist allerdings, wenn der Film mal loslegt, hört er dann auch wieder schnell auf. Also dann tritt wieder irgendeiner aufs Gaspedal drauf und dann hätte man wirklich einige irrwitzige Sequenzen gestalten können, wenn man das schon hat und hätte so richtig auf die Kacke hauen können. Aber der Film kommt immer so mit angezogener Handbremse daher, ja, so mit dem Wissen, ja, wir wollen aber auch ein Familienfilm sein, wie die Goonies, halt nur mit bösen Außerwischen und einem wirklich widerlichen Halbstarken namens Billy, denke ich mir so, warum tritt ihr hier immer aufs Gaspedal? Haut doch mal richtig ordentlich auf die Kacke. Und das ist halt ein bisschen komisch, ja. Ich meine mal, als Erwachsenen-Film funktioniert es durchaus, wir haben Kraftausdrücke, wir haben ein paar wenige Gewaltspitzen, aber jetzt großartig von Gore, das Blätter zu reden, äh, das nehme ich jetzt persönlich jetzt hier nicht in den Mund, ja, ist ein bisschen was da, aber der Film an sich ist ehrlich gesagt ziemlich blutleer, der hätte man so richtig auf die Kacke hauen können. Zumal es dann auch eine optische Referenz mit einem Jugendlichen gibt, der dann quasi von den Außerwischen umgewandelt wird, ja, ganz klar in eine fast schon stilistisch etwas überzeichnete Horror-Ikone aus den 80ern, was eigentlich an sich eine coole Idee ist, ja. Das ist aber eine von den wenigen coolen Ideen, die hier in diesen Filmen drinstecken, ja. Mal abgesehen vom Ende, was dann doch, muss ich sagen, sehr, sehr böse, eigenwillig und schwarzhumorisch daherkommt, ja. Was aber auch nicht jedem gefallen dürfte, weil man möchte ja unbedingt, dass der Film ein befriedigendes, am besten positives Ende hat. Das hat der Film leider ein Stück weit nicht, ja, da kommt scheint natürlich der böse Humor von Jason Eisner natürlich deutlich durch, ja. Aber ich muss sagen, der Film verschenkt eine Menge, Menge Potenzial, da wäre wirklich viel drin gewesen. Auf der einen Seite muss ich natürlich immer hoch anrechnen, dass die Laufzeit wirklich kurz ist. Nach 68 Minuten setzt schon der Abspann ein, also das ist so ein Ding, das man irgendwo zwischendrin laufen lassen kann, ja. Ja, was an sich eigentlich ein flottes Pacing hätte, aber die erste halbe Stunde braucht der Film schon ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Natürlich, um uns die Charaktere vorzustellen, um die Handlung quasi ins Rollen zu bringen. Wir haben ja nicht viel Handlung, ja. Es geht ja darum, dass eine Halloween-Party stattfinden soll, ja. Und die dann halt gecrashed wird von übelernigen Außerirdischen, ja, die allesamt, muss ich sagen, gut Designs sind, sind so die alten Grauen ein bisschen, ja, schon ein bisschen morbider kommen die Typen rüber. Aber das war es dann halt letzten Endes auch gewesen und so schnell ist der Film dann halt auch aus dem Kopf wieder raus, das ist halt schade, ja. Das ist wirklich eine Menge verschenktes Potenzial. Auf der anderen Seite muss ich aber wirklich sagen, dass mir diese Langfilm-Version besser gefallen hat, als das Found-Footage-Segment aus VHS 2. Deswegen gibt es ja immerhin ganz, ganz, ganz nette 4 von 10 Halloween-Körbisse. Ja, und ihr könnt mir natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Kids vs. Aliens schon gesehen habt, ob das eventuell etwas für euch wäre. Wie ihr denn die Found-Footage-Version von dieser Langfilm-Version findet, könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten reinhauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren horrormäßigen Horror-Oktober-Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgam Full The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris. Ciao, euer Chris.